Hallo, herzlich willkommen zu unserer kleinen Screencast-Reihe zur Einführung von Ultraschall 3. Es hat etwas länger gedauert, wir hatten viel zu tun. Ich denke, es hat sich für euch aber gelohnt, da wir selbst gegenüber meiner Keynote im Spätherbst doch noch eine ganze Fülle an neuen Funktionalitäten eingebaut haben, von denen ich dort nicht gesprochen habe, sodass es also mit einigem Abstand dann doch die umfangreichste Release ist, die wir bisher gemacht haben. Entsprechend gibt es jetzt auch nicht nur ein Release-Video, wie bei allen bisherigen Releases, was eine Stunde dauert, sondern es wird DERA 5 geben, von denen das jetzt ja das Erste ist, was nur die Installation abhandelt und ein paar grundlegende Sachen erklärt. Dann wird es ein Video geben, in dem ich Schritt für Schritt die ganzen Einzelfeatures durchgehe, die so im normalen Feature-Bereich angesiedelt sind, wie gesagt ein paar Dutzend, dann wird es ein Video geben, was sich nur um die Streaming-Funktion, das Studio Link on Air kümmert. Eins, wo mit Ultraschall Dynamics der Mastering-Bereich genauer erklärt wird, wie man also seine Lautness-Normalisierten Files produzieren kann. Und dann gibt es noch ein abschließendes Video über den neuen Export, wo wir MP3s schreiben können mit Kapitelmarken und Metadaten und Episoden-Images. Also ein bunter Strauß von Features. Hätte man das alles in eine einzige Folge gepackt, wäre die wahrscheinlich wirklich mehrere Stunden lang geworden. Von daher hoffe ich die Entscheidung, das ein bisschen zu zerteilen, sodass ihr euch immer die Sachen angucken könnt, die euch gerade wirklich interessieren. Ich hoffe, das findet eure Zustimmung. Okay, der erste Punkt, die Installation. Ihr seht jetzt hier unsere Homepage, das ist ja immer die erste Anlaufstelle dafür, Ultraschall FM. In dem Fall haben wir jetzt hier noch das alte Logo, das habe ich noch nicht umgestellt, weil die Release ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht draußen. Wir abstrahieren jetzt also einfach, dass hier schon eine 3.0 steht, gehen in den Download-Bereich und auch ihr seht, hier ist jetzt noch die 2.2.2 eingeschaltet, aber hier würden dann also die 3er-Versionen auftauchen. So, wenn ihr die dann runterladet, erhaltet ihr hier auf dem Mac einen dmg. Ihr seht schon, das sieht viel schicker aus, als das, was wir bisher hatten. Wir haben das mal ein bisschen strukturiert, die Dateien, in vier verschiedene Bereiche. Install, das sind die beiden einstigen Installationspakete, die ihr eigentlich überhaupt noch braucht. Das heißt also, wir haben es auch geschafft, den Installationsvorgang nochmal deutlich zu entschlacken gegenüber vorher. Haben dann hier die drei verschiedenen Hilfe-Dokumente. Install, das gehen wir gleich durch, Schritt für Schritt, wie man das Ganze installiert. Changelog, was hat sich getan und die Readme ist nochmal generell über das Projekt. Optional der Ultraschall-Hub, wenn man nach wie vor noch Skype benutzen muss oder möchte. Als Nachfolger von Soundflower, virtueller Soundgeräte, werden dort angelegt. Im Bereich Add-ons haben sich ein paar spannende Sachen gefunden. Und insbesondere hier das Keyboard-Layout, was ich schon mal zeigen kann. Dazu erzähle ich dann aber in dem zweiten Screencast ein bisschen mehr. Und unten im Bereich Uninstall noch zwei Programme, die man aufrufen kann, wenn es irgendwo Probleme gibt. Gucken wir uns jetzt also einfach mal die Installationsanleitung an. Ihr seht, die ist gegenüber den bisherigen Fassungen wirklich kurz geworden. Der erste Schritt ist der, dass man sich ein aktuelles Reaper runterlädt. Wir brauchen zwingend für unsere Version die Reaper-Version 5.3.5. Erster März, brandfrisch, hat damit zu tun, dass hier ein paar Funktionen eingeführt worden sind, die wir jetzt relativ intensiv nutzen. Ihr werdet das bei den weiteren Folgen merken, wie tief wir mittlerweile in den Reaper-Eingeweiden sind. So sind wir mittlerweile jetzt auch in der Lage, Guis zu zeichnen. Das werdet ihr gleich sehen. Und von daher braucht ihr also wirklich eine aktuelle Reaper-Version. Ihr könnt Ultraschall nicht auf einer Vierer-Version und auch nicht auf einer verhalteten Fünfer-Version betreiben. Glaubt mir, es fehlen wirklich dann API-Kommandos, die wir zwingend voraussetzen. Wir sind hier jetzt ziemlich bleeding-edge, was die Version angeht. Ihr geht also runter und nehmt also die 64-Bit-Varianten, entweder für den Mac oder für Windows. Insbesondere unter Windows unterstützen wir wirklich nur die 64-Bit. Steht auch so in den Install-Nodes drin. Okay, das laden wir also runter und lassen es einmal durchlaufen. Das nächste, was wir dann machen, ist uns eben die Distribution. Die habt ihr ja schon runtergeladen. Und startet dann hier auf dem Mac das 3.0-Package-Programm. Auf dem PC ist das entsprechend das Setup-Programm. Ich lasse also jetzt hier das Paket durchlaufen. Wir haben jetzt hier noch Beta 12. Das könnt ihr ignorieren. Das ist bei euch dann die Final. Und da könnt ihr eigentlich gar nicht viel machen, außer das einfach mal nur auf Weiter klicken. Und das geht auch sehr zügig. Und dann war das Ganze auch schon erfolgreich. Solltet ihr an dieser Stelle eine Fehlermeldung haben, dass irgendwas nicht funktioniert hat, könnt ihr zwei Dinge tun. Das eine ist, den Rechner nochmal neu starten und nochmal durchlaufen lassen. Das hilft in vielen Fällen. Sollte das nichts bringen, dann bitte einmal gucken, ob ihr eure vielleicht etwas verkorkste bisherige Ultraschall-Installation mit einem Uninstall-Command bereinigt. Bereinigt und das dann nochmal neu durchlaufen lasst. Remove Legacy Audio Devices. Damit wird man beispielsweise Soundflower oder auch unsere frühen Hub-Versionen los, wenn ihr also die aktuelle Version hier von dem Hub installieren möchtet. So viel vielleicht noch zum Troubleshooting an der Stelle. So, unser Installer ist ja aber durchgelaufen. Der nächste Punkt ist dann also optional Ultraschall-Hub installieren. Kann man machen, muss man nicht. Gibt es eine entsprechende Folge zu, wo ich erkläre, was man da dafür braucht. Ihr braucht weder für Studiolink noch für Studiolink-On-Air das neue Streaming, den Hub, auch nicht für das Soundboard. Das ist ja alles integriert mittlerweile. Das heißt also, meine Empfehlung wäre, solange ihr nicht wirklich auf Skype angewiesen seid und mit diesem schrecklichen Sound und so weiter doch arbeiten möchtet, lasst den Hub lieber weg. Arbeitet nicht mit Hauptgeräten auf dem Mac. Das Problem ist nämlich nicht der Hub. Ich glaube, den hat Daniel ziemlich vorzüglich programmiert. Das Problem ist einfach, dass durch die Hauptgeräte auf dem Mac, die man dann halt benötigt, um diese ganzen virtuellen Soundkarten für Skype anzulegen, für eine Skype N-1 Schaltung, digital modelliert, dass das die Stabilität des ganzen Audio-Stacks doch nach wie vor ziemlich wackelig macht. Ja, also es treten dann immer wieder sonderbare Effekte auf und von daher versucht also wirklich auf Studiolink umzuschwenken. Das hat sowieso eine viel bessere Qualität, bekanntermaßen, und sorgt auch einfach für ein insgesamt viel stabileres Setup. So, Punkt 5. Das ist eigentlich auch schon der letzte Schritt. Install Reaper Ultra-Share-Configuration. Wir starten Reaper. Da habe ich jetzt schon ein Theme draufliegen. Das könnt ihr jetzt mal einfach ignorieren. Auch dieses Projekt hier ignorieren wir mal. Das heißt also, ich mache mal eben ein neues Projekt. Moment hier. So. Ja, könnt ihr jetzt auch bitte noch nicht hingucken. Stattdessen lasst ihr jetzt einfach hier das Reaper-Config-Zip einmal hier reinfallen. Und sagt immer mit Import, jawohl, macht das. Das ist auf dem, der Windows-Sans ganz genauso. So, Ultraschall startet daraufhin und zwar mit unserem neuen, flauschigen Begrüßungs-Screen. Das ist einer der Komponenten, die wir jetzt selber zeichnen, wirklich in der GUI. Das Fenster hier. Ihr könnt hier einschalten, ob dieser Begrüßungs-Screen bei jedem Start von Ultraschall kommt oder nicht. Und wir haben hier nochmal so unsere drei Hauptanlaufstellen als Quick-Links. Hier geht es zu den Tutorials, wenn man irgendwie vergessen hat, wir gingen nochmal was. Hier gibt es den Twitter-Account von uns, wo man sich auf dem Laufenden lassen halten kann. Und hier geht es ins Sendegate, in den entsprechenden Support-Bereich, wo man Fragen, Feature-Requests und so weiter loswerden können. Ist vielleicht doch ganz hilfreich, den Screen hier zu haben. Wenn ihr den mal los sein solltet, kann man eben demonstrieren, dass es auch wirklich funktioniert. Ich starte jetzt Reaper nochmal neu. Dann seht ihr, dass der Screen nicht erscheint. Ihr könnt den jederzeit wiederholen im Podcast-Menü unter View, Show, Ultraschall, Startscreen. Und da könnt ihr euch den dann auch wieder reinholen. Und dann habt ihr den ab dem nächsten Start wieder verfügbar. Was jetzt so einigermaßen simpel aussieht, ist in Bezug auf unsere bisherigen Ultraschall-Unternehmungen doch eine mittlere Revolution. Wir sind nämlich jetzt in der Lage, ein State abzuspeichern. Das heißt also, dieser kleine Schalter hier, An-Aus, wird sich halt gemerkt zwischen zwei Aufrufen von Reaper. Das haben wir mittlerweile raus, wie das geht. Wir haben also einen Key-Value-Store innerhalb von Reaper. Den haben wir nicht selber gebaut, sondern den stellen die Reaper-Entwickler bereit. Eine der Punkte, warum man eine neue Version braucht. Und die ermöglichen es mir auch, den State beispielsweise jetzt hier der View-Buttons, die hier den Workflow abbilden. Setup, Recording, Schnitt, Storyboard für gebaute Beiträge. Oder auch hier der neue Button, zu dem wir in der nächsten Folge erst kommen werden. Wenn ich jetzt also sage, ich verlasse jetzt hier Reaper im Recording-View und starte es neu, wird es danach dann wirklich auch mit diesem View aufgerufen. Und es wird jetzt auch wirklich farblich markiert, dieser View ist jetzt auch wirklich da. Das sind alles Sachen, die wir vorher nicht konnten. Jetzt können wir Stage speichern. Mal gucken, was uns dazu noch in den nächsten Releases einfällt. Wir haben jetzt also relativ frisch erst angefangen, uns mit dieser Ebene zu beschäftigen. Ich glaube, das wird noch ganz faszinierend. Das, was ihr jetzt hier nicht gesehen habt, sind Fehlermeldungen, dass irgendetwas fehlt. Heiko und ich haben das Ganze versucht, jetzt so robust wie möglich zu bauen, weil wir ja diese beiden Komponenten haben. Nämlich zum einen die Plug-In-Installation und zum anderen die Theme- und Konfigurations-Installation. Wenn eins von beiden fehlt und nur eins von beiden passiert, werdet ihr beim Start von Reaper angemeckert, gemeckert, dass irgendetwas fehlt. Es ist dann hoffentlich einigermaßen menschenlesbar dort beschrieben, was stattdessen zu tun ist. Befolgt also dann einfach den Anweisungen. Wenn nach dem Plug-In gemeckert werden sollte, dass das Theme fehlt, ist sowieso der nächste Schritt, das Theme zu installieren. Das ist dann also einigermaßen selbsterklärend. Und ansonsten, wenn irgendwie Verzweiflung groß ist und ihr nur wirklich die Fehlermeldung nicht wegbekommt, wie gesagt, versucht nochmal an den Install-Command durchzulaufen. Dass eure Installation gelungen ist, seht ihr eigentlich an drei Punkten oder an vier Punkten. Das erste ist, es kommen keine Fehlermeldungen mehr beim Start. Das zweite ist, ihr habt hier das Podcast-Menü und könnt About Ultraschall aufrufen, wo ihr die verschiedenen Versionsnummern alle angezeigt bekommt. Und das dritte ist, ihr seht hier oben wirklich eine 3.0 eingeblendet und nicht beispielsweise eine 2.0, wenn ihr von der alten Version kommt. Und das vierte ist, wenn ihr Alt-C drückt, kommt unser neuer Collar-Picker. Warum der wichtig ist in diesem Vier-Punkte-Programm, erkläre ich jetzt nicht. Ist ein bisschen krude, weil ich bei jedem Start nochmal eine Theme-Aktualisierung mache und nur wenn der Collar-Picker kommt, ist das ein Zeichen dafür, dass auch der Schritt wirklich gut funktioniert hat. Wenn das alles also jetzt in dieser Reihenfolge bei euch der Fall ist, dann herzlichen Glückwunsch, ihr habt ein voll funktionsfähiges Ultraschall 3.0. Eine weitere Spezerei, die Heiko für euch eingebaut hat, ist ein Update-Checker. Ja, das heißt, wenn wir jetzt Updates rausgeben, das kann sein, dass uns doch irgendwas durch die Lappen gegangen ist, trotz intensivem Beta-Testens durch unseren Edeltester Malik, dann machen wir halt eine neue Release, also sprich 3.01, 3.02, wie auch immer. Dann werdet ihr beim nächsten Start darauf hingewiesen. Das heißt also, ihr telefoniert einmal pro Tag nach Hause auf unseren Ultraschall-Server und guckt, ob dort also eine neue Konfiguration für ein Update hinterlegt ist. Generell empfehle ich ausnahmslos, wirklich immer die aktuellste Ultraschall-Version einzusetzen. Wir testen die wirklich umfangreich und sorgfältig. Hatten, glaube ich, bisher noch wirklich wenige Update-Katastrophen. Im Gegenteil, die Sache wird eigentlich immer stabiler und robuster von den Features, ganz abgesehen. Es spricht wirklich nichts dagegen zu updaten. Eure ganzen alten Projekte laufen nach wie vor weiter. Das heißt also, wir sind auf der Projektebene immer abwärtskompatibel. Auch dieses Update-Feature, glaube ich, eine schicke Geschichte. Danke hier an Heiko. Das war es jetzt auch schon zu unserer ersten Folge. Ich hoffe, ihr seht, dass das alles schon ein bisschen runder und ein bisschen sleeker ist als unsere bisherigen Releases. Genau das war jetzt auch das Ziel mit der 3.0. Und dann macht ihr am besten jetzt weiter mit dem großen, allgemeinen nächsten Screencast, in dem ich die ganzen Dutzenden von neuen Funktionen erkläre. Viel Spaß!